Herzlich Willkommen zurück in Sympathia City, der besten Stadt in ganz Minecraft. Pat und Syntho wollen sich heute nämlich das größte Villager-Dorf in ganz Minecraft anschauen. Es ist gigantisch groß. Sie wollen sich das größte Villager-Dorf über den Wolken genauer anschauen, denn dort gibt es einige Sachen zu holen. Was sich genau in dem Villager-Dorf befindet, seht ihr in diesem Video. Lasst natürlich wie immer einen Like da und ein Abo. Viel Spaß! Leute, ich sitze gerade noch am PC und schaue mir eure megacoolen Kommentare an. Dankeschön für die ganzen Kommentare, Leute. Und heute am Sonntag ist die Kommentarfrage, was habt ihr heute noch so vor? Würde mich mal interessieren, denn ich bin ja noch aktuell in Berlin und ja, dementsprechend bin ich in Berlin und fahre heute Abend zurück. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Tim rüber. Ja, und der Tim weiß schon, was heute ansteht, denn wir wollten ja noch diesen XXL-Villager-Turm besichtigen gehen, was da auch immer los ist. Ich habe auch gehört, die Küche wurde wieder ein bisschen abgezogen, aber okay, wir fragen jetzt mal nach, was bei Tim abgeht. I love you, Mary... Oh Gott, ich pet, ich mach mal ein... Tim, deine Gesangsstunde? Ich habe gerade einen TikTok gemacht. Einen TikTok? Ja, ist alles gut. Na, vergiss es. Okay, es ist, glaube ich, besser. Tim, du weißt ja, heute steht an, wir wollten mal da zum Villager-Turm, genau, da dieser Villager-Turm-Dorf, wie man es nennen möchte. Aber du wirst jetzt wahrscheinlich nicht glauben, was die gemacht haben, denn die haben, du weißt ja, wir haben damals das Villager-Loch besucht, ne? Ja, das weiß ich noch. Genau, da war ja vergiftete Ware dort, ne? Weißt du, was die gemacht haben? Diesmal haben die einfach die, äh, unser Restaurant in Sepad jetzt die abgezogen und haben ihr Restaurant hochgebaut. Verstehst du? Nee. Das ist nach dem Motto, ja, jetzt können die ja nicht mal runterkommen, wir bauen uns einfach hoch, da kommen sie auch nicht hin. Aber, das sind nicht die hellsten Kerzen dort, denn es gibt einen Aufzug, wie man dort hochkommen kann. Aber dort gibt es natürlich auch immer wieder diese bösen Villager. Dementsprechend müssen wir aufpassen, denn, äh, die werden uns auf jeden Fall versuchen, runterzuschlagen, so wie wir, wenn wir uns trollen. Ja, dann würde ich sagen, hast du Waffen? Ich habe keine Waffen, aber die im Restaurant meinten, wir können Waffen von denen bekommen, wenn wir uns bereitstellen, dafür Ordnung zu sorgen, ne? Machen wir, es ist unsere Startpad, wir bekommen immer, wir helfen unseren Mitbürgern. Auf jeden Fall, ne? Also wir werden auf jeden Fall für Ordnung sorgen, würde ich mal sagen, ne? So sieht's aus. Und, äh, ja, hier die ganzen Mitarbeiter haben sich schon beschwert, keine Ware mehr dort und, äh, dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir uns mal... Guten Morgen, Männer, guten Morgen. Genau, wir nehmen uns jetzt hier ein paar Waffen, würde ich sagen, und, äh, gehen sofort zum Ort des Geschehens, ne? Ja, hast du mir noch was übergelassen? Ja, klar. Naja, gut, dann würde ich sagen, Tim, ab geht's. Ich bin mal gespannt. Äh, falls ihr übrigens die letzten Videos nicht gesehen habt, dann checkt die auch nochmal sehr, sehr gerne ab, denn, äh, ja, das waren sehr coole Videos. Und du siehst schon, alter Schwede, ist das hoch, ne? Das ist hoch, ne? Das ist sehr, sehr groß, was groß hab ich noch nie gesehen. Ach, so groß war's echt noch nie. Aber, ne, hier waren wir ja letztens unten, deswegen checkt mal das Video ab von Freitag, Leute. Und das hier, lol, pass auf, ey, Tim, 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 ey, 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 ganz ruhig hier, ganz ruhig. Oh, gut, oh, gut, oh, gut, das war Spaß, ey, komm, war Spaß, war Spaß. Oha, übertreib mich. Ey, ey, ey. Oh, ey, Mann, ey. Hör auf, ist okay, ist okay. Ah, nein, 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 nein. Endlich, endlich. Okay. Ja, ist okay. Hör auf. Okay, ich hör auf, ich hör auf. Okay, 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 ich hör auf, ich hör auf, ich hör auf, ich hör auf. Ja, okay, ich hör jetzt auf, wirklich, hör auf, komm. Ey, Tim, wir müssen jetzt hier hin, denn, ich hab dir ja gesagt, das sind nicht die aller, aller schlauesten. Die haben nämlich hier... Du bist der Aufzug. Genau, der ist einfach hier vorne, der Aufzug. Das heißt, ey, wir können einfach den Aufzug hier anfordern und der müsste jetzt eigentlich runterkommen. Ich seh jetzt auch aktuell nichts. Ah, doch, da war eine Wolke im Weg. Okay, da kommt was angeflogen. Ey, oh, wir sollten uns aber hier echt nicht trollen. Also das ist jetzt hier kein Spaß mehr, wenn man hier runterfliegt ins Endegelände, okay? Aber hier gibt es noch einen schönen See. Ey, Tim, jetzt mach kein Müll. Mach. Ey, Tim, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Was macht ihr da? Wuhu. Oh, er kommt wieder zurück. Hat Spaß gemacht. Hä? Ich muss auch mal runterfliegt. Ach, du bist hier. Ja, ich bin runtergefahren ins Wasser. Dann komm. Hm, und... Nein, denk gar nicht erst dran. Denk gar nicht erst dran. Nein! Lol. Hast du neu gemacht, Tim? Äh, warte, ich... Ey, hör auf damit. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, jetzt gehen wir zusammen hoch. Man kann ja nicht sneaken, ne? Äh, nee, kann man nicht. Deswegen bin ich ja runtergeflogen. Ja, jetzt reicht es aber auch mal. Wirklich, ne? Mhm. Okay, gut. So. Ja. Das sieht hier schon sehr, sehr krass aus. Also, es ist auf jeden Fall sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Übelst hoch. Guck mal, wir sind einfach über den Wolken, ne? Über den Wolken. Okay, so, jetzt gucken wir mal nach, was wir so haben. Oh Gott, da ist schon der Erste. Oh, der kommt, der kommt! Ey, ey, du bist auf! Ey, du bist auf! Oh Gott! Ey, auf von der Seite! Alter, das war eine knappe Angelegenheit, ne? Ich schick den Aufzug mal nach unten, dass wir im Notfall nochmal da hin können. So, okay, da kamen schon die allerersten Villager sofort auf uns zu, gerannt. Also, die wissen, glaube ich, dass die hier sind. Oh, was ist das? Oh Gott, oh nein, ey, du bist auf! Oh Gott, oh! Oh, ey, das war extra von dir! Hier. Hör auf! Ey, das war gar keine Gefahr mehr, da, hör doch auf damit! Doch, hier ist einer. Ja, okay, da. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Greifer, zack, 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 zack. Komm, 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 wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwelche Waren finden. Hier ist hier nichts drin, hier haben wir nichts drin, weil die haben ja das Essen geklaut, da müssen wir auf jeden Fall nachschauen, ne? Alter! Naja, gut, das war knapp die Angelegenheit, zum Glück konnte ich da noch abfehlerung. Guck mal, Pat, guck mal, hier. Zack! Das ist lustig. Leben am Limit. Das ist überhaupt nicht lustig. Guck mal, mit der Schraube, guck mal, mit der... Nein, ey, Tim, Tim, das ist... Oh, da ist einer, da ist einer drin, so, genau, genau. Ey, das ist... Warum hast du mich abgeh... Ey, es gab keinen Grund dazu. Natürlich. Nein. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ey, oh, das ist einer, das ist einer, und, oh, oh, Gott. Hast du einen Block? Ich komme hier nicht hoch von. Ja, warte, 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 warte. Kann man auch ganz, ganz easy runterfliegen. So, hä? Achso, warte mal. Nein, ich habe selber hier. Hast du? Ja, ich kann selber eine Treppe bauen. So, ja, okay, perfekt, dann hier. Ah, gut. Hab, 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 hab. Dann, äh, hier habe ich nichts, also hier muss... Hier ist auch noch ein Feld, hier bei mir. Oh, ja, ja, oh, komm, 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 komm. Stirb, stirb, stirb. Oh, Gott, hier, 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 hier. Oh, Gott, Alter, Junge, die sind ja... Ey, das war... Also, ganz ehrlich, das war auf jeden Fall nicht mehr nötig, mich abzuschießen. Die reden miteinander schnell, abschießen, abschießen, abschießen. Oh, ey, hör auf, wir fast tot, du bringst mich ja eher um als die Villager. So, oh, da sind wieder welche. Ja. Da hinten ist auch noch einer. Au, aber, ich bin fast... Nein, das ist nicht so gut, komm, 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 komm. Was, 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 was? Das war knapp, das war wirklich knapp. Ist hier was zu essen? Essen, ja. Ja, ist hier. Was war denn da drin? Warte, gib mal ein bisschen ab, damit die Zuschauer das auch sehen. Hier, hier. Wenn das... Ey, das ist... Jetzt hast du es runtergeschmissen. Ja, schlägt es. Das ist... Okay, passt schon. So, dann schauen wir mal weiter nach. Also, ihr müsst eigentlich... Ah, hier, genau. Hier, hier auch noch Essen am Ende. Hier noch ein bisschen Essen. Oh, hier ist einer. Oh mein Gott, ich dachte, du schlägst mich. Ich hab keine Muni. Oh Gott, oh Gott, das war knapp. Ich hab auch keine Muni mehr. Hier, guck mal, ich hab noch mehr Essen gefunden, Pat. Hier. So, oh, perfekt. Oh, Typen, das war knapp. Das war ehrlich richtig knapp. So, gucken wir mal weiter nach. Hier hast du uns auch noch. Hier ist auch noch eine Kiste. Oh, hier ist ganz viel Brot. Ehrlich? Ich hab ganz viel Brot, ja. Wo, wo, wo? Oh, ja, 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 komm. Ich geb dir alles, hier, ich geb's dir. Alles mitnehmen natürlich, ne? Und das werden wir dann auf jeden Fall den Restaurant in Sympathis... Ey, Typen! Ins Wasser. Das war nicht lustig. Nein, hier ist noch einer. Nein, 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 was? Oh, Junge! Oh mein Gott, das war wirklich richtig knapp, aber... Hier ist der Aufzug, da kommen wir gleich wieder hoch. Ich weiß gar nicht, brauchen wir noch oben hingehen? Da war doch, glaube ich, schon alles gelootet, oder? Haben wir nicht alles geholt? Ich mein, zumindest schon... Ja, ich glaub, du hast recht. Wir können noch mal ganz kurz links auf der linken Seite nachschauen, aber... Oh, ja, ich glaube schon, dass wir da mittlerweile alles haben. Ich mein, die ganzen Villager haben wir jetzt auch verscheucht, denn das waren ja böse Villager. Einer war noch da, hier links direkt. Ah, ja, war noch da. Der hat mich gerade eben runtergehauen. Okay, vielleicht sollten wir uns hier nochmal einen Block schnappen, warte. So, zack, hier hoch, würde ich mal sagen. Ah, ja, okay. Wo ist er? Hier war er... Hier, guck. Oh, sorry, sorry, sorry. Ganz gegenseit hat er mich geholt, guck. Ja, 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 ich merk schon. Oh, oh, du bist im... Du bist im... Ey, was warst du da? Ich hab's überlebt. Was warst du da? Ey, ich spiel einfach runter. Ja, ich hab's überlebt. Hier war auch oben, warst du aber okay. Also... Man kann doch einfach mal runterspringen aus 20.000 Metern. Ah, okay, da ist nix mehr. Passt schon. Wir gehen nicht mehr hoch. Wir gehen nicht mehr hoch. Wir sagen, wir haben's gut gemacht, Leute. Wir haben's auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Da war Action. Da war richtig viel Action. Los. Ey! Ey, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. So. Ich hab keine Muni mehr. Ja, ich hab, Muni, aber ich schieß dich doch nicht ab. Das ist gar nicht nötig. Das ist gar nicht nötig. Das ist ja schade. Das ist gar nicht nötig. Warum? Hör auf damit. Mit meinem dicken Prügel. Jetzt hör auf. So, und... Jetzt müssen wir das nur abgeben, Tim. Nur noch abgeben. Ab ins Restaurant noch. Ab ins Restaurant. Dann können die wieder was... Essen zubereiten für die ganzen Mitbewohner. Genau. So, wir gehen mal hier durch. Zack, zack. Hier kommen aber nur die Special-Leute rein. Sonst musst du zubauen. Ja, okay, dann halt nicht. Jetzt hast du was gut gemacht. Oh, Leiterpad. So, dann packen wir mal hier die ganzen Sachen wieder rein. In die Kiste. Alles schön gelagert, würde ich sagen. So. Tim, und du musst noch den Block dort platzieren, weil jetzt haben wir ein Loch hier. Ach so, ja. Das Loch muss ich stopfen. Das ist auf jeden Fall wichtig. So. Tada. Perfekt. Der McDrive. Genau. So, Leute, würde ich sagen, mit dem Restaurant verabschieden wir uns hier aus Symbathia City. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lass doch gerne einen Like da, ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.